Hi, ich grüße dich, herzlich willkommen zu einem neuen Lightroom Tutorial. Heute soll es mal wieder um die Portraitfotografie gehen und ganz besonders hier um dieses Bild von der lieben Stefanie. Das habe ich letztes Jahr auf Mallorca geschossen und ich zeige dir jetzt einfach mal meine Bearbeitungsschritte. Viel Spaß damit! Wenn du meinen YouTube-Kanal schon länger verfolgst, dann hast du vielleicht auch das Behind-the-Scenes-Video zu diesem Bild gesehen. Insgesamt gibt es ja zwei Stück davon von Mallorca und wenn du das noch nicht getan hast, dann solltest du das auf jeden Fall mal tun. Da wird auch noch mal ganz genau gezeigt, wie wir das fotografiert haben. Ganz kurz erklärt, ich habe hier drüber einen Diffusor, einen sehr, sehr großen Diffusor gehabt über dem Model und konnte somit das Model aus der prallen Sonne herausnehmen. Du siehst schon im Hintergrund, dass die Sonne sehr, sehr stark war an diesem Tag. Aber ich wollte hier wirklich auf dem Gesicht des Models das Licht selber kontrollieren und habe dann das Ganze wieder aufgehellt mit so einem kleinen Reflektor. Ja, das ist eigentlich schon alles zur Entstehungsgeschichte von diesem Bild. Ich zeige dir nochmal ganz kurz hier meine Daten. Ich habe in der 250. Sekunde fotografiert bei einer Blende 5 ISO 100 und 62 mm. Ja, du siehst, der Hintergrund ist schon relativ gut unscharf geworden, selbst bei einer Blende 5. Aber dadurch, dass wir hier die Relation haben, dass die Steffi sehr nah an der Kamera dran steht, der Hintergrund sehr weit weg ist, haben wir hier schon einen sehr schönen, unscharfen Hintergrund. Okay, genug erzählt. Jetzt geht es an die Bearbeitung und ich fange hier einfach mal an und werde die Tiefen hier etwas aufhellen. Das heißt also, eigentlich geht es hier nur darum, das Model noch etwas aufzuhellen und dafür werde ich die Lichter etwas runterziehen. Einfach, um das Ganze hier wieder etwas mehr anzugleichen. Dann werde ich auf jeden Fall den Kontrast noch etwas erhöhen und vielleicht auch noch so ein ganz bisschen die Weißwerte hochziehen und die Schwarzwerte noch ein bisschen weiter nach unten. Aber du siehst schon insgesamt hier am Histogramm, dass der Anteil von hellen Bildbereichen hier deutlich größer ist als von dunklen Bildbereichen. Das ist aber auch völlig okay. Das ist nicht bei jedem Foto notwendig, dass du hier den Ausschlag genau in der Mitte hast. So, dann werde ich mich mal noch um den Weißabgleich kümmern. Ich denke mal, dass ich hier insgesamt noch ein Stück weiter nach oben gehe und das ganze Bild ein bisschen wärmer mache. Ich denke mal, ja, so in der Richtung gefällt mir das schon ganz gut. Die Steffi ist jetzt viel zu gelb, aber der Hintergrund, der gefällt mir. Aber wir können das natürlich noch ändern hier, dass die Steffi wieder normal aussieht und nicht, als hätte sie irgendwie eine Krankheit. Indem wir hier einfach in die Sättigung reingehen und dann die Orange-Werte hier mal so ein bisschen rausnehmen, vielleicht auch noch ein bisschen die Gelbwerte und dann sieht das Ganze doch schon wieder wesentlich besser aus, vielleicht auch noch so ein bisschen die Rotwerte, noch nicht viel, aber so gefällt mir das schon ganz gut. Dann werde ich die Blauwerte in der Luminanz noch etwas heruntersetzen. Das heißt, ich werde die Blauwerte hier noch etwas dunkler machen. Dadurch kriege ich wieder ein paar mehr Details in den Himmel rein und auch hier unten im Wasser. Und ja, so kann man das, denke ich mal, schon lassen. Vielleicht werde ich noch ein bisschen Dynamik reinbauen. Das ganze Bild ist doch sehr, sehr flau geworden am Ende durch diese Überbelichtung. Und ich denke mal, dass wir hier mit dem Wert ganz gut arbeiten können. Dann möchte ich das ganze Bild hier noch so ein bisschen mehr in diesen Vintage-Stil reinbekommen. Und dafür nutze ich hier ganz gerne die Gradationskurve. Auch dazu habe ich schon mal ein Video gemacht, wie man die Gradationskurve nutzen kann. Guck da einfach nochmal in meinem Kanal, wenn du damit noch gar nichts anfangen kannst. Ich glaube, ich habe es damals in Photoshop erklärt, aber im Prinzip ist es genau dasselbe, auch in Lightroom. Ich werde jetzt hier einfach mal die Tiefen, also wirklich die ganz tiefen Tiefen, werde ich jetzt hier mal so ein bisschen aufhellen. Und dafür die Lichter etwas heruntersetzen. Und du siehst jetzt schon, was passiert hier im Histogramm. Wir schneiden also hier von den Schwarzwerten und von den Weißwerten ein bisschen was weg. Und das ganze Histogramm, die ganze Kurve hier, kommt mehr in die Mitte. So, jetzt verlieren wir natürlich auch eine Menge Kontrast dadurch und den will ich natürlich wieder aufbauen. Deswegen werde ich jetzt hier in den mittleren Bereichen so eine kleine S-Kurve formen und damit wieder Kontrast herstellen. Das gefällt mir jetzt schon wirklich sehr, sehr gut so. Ich glaube, ich kann immer noch ein bisschen mehr Orange hier rausnehmen, weil irgendwie ist die Steffi immer noch sehr orange-lastig. Ja, ich denke mal, so in dem Bereich sieht das schon sehr viel besser aus. Cool, gefällt mir. Dann gehe ich jetzt hier weiter nach unten und gehe mal noch in die Teiltonung. Hier werde ich gar nicht viel machen, aber so ein ganz bisschen möchte ich hier noch die Highlights mehr ins Gelb bringen oder Gelb-Orange. Deswegen stelle ich jetzt hier als erstes mal den Farbton ein und dann werde ich mit der Sättigung so ein bisschen raufgehen. Dadurch kommt dieser Effekt dann hier rein. Übrigens gibt es auch zur Teiltonung schon ein Video. Also du siehst schon, in meinem Kanal gibt es eigentlich schon zu ganz vielen Themen etwas und das kannst du dann einfach mal suchen und auch dir anschauen, wenn du noch nicht darüber Bescheid weißt. So, die Schatten. Da bleibe ich mal hier direkt bei diesem Rotwert. Ich möchte die Schatten so ein ganz bisschen rötlich einfärben und gebe hier einfach nur ein bisschen Sättigung mit dazu. Und so gefällt mir dieser Bildlook schon sehr, sehr gut. Dann geht es weiter. Ich werde das ganze Bild noch ein wenig schärfen. So, mein Standardwert von 80 ungefähr. Ich denke mal, ich gehe hier sogar auf 90 bei Porträts, finde ich das immer ganz cool, wenn die besonders geschärft sind. Da kann man natürlich wieder das Ganze ein bisschen ausmaskieren, damit man das nicht überall hat, sondern wirklich nur da, wo man es braucht. Mit gedrückter Alt-Taste sieht man hier dann auch ganz genau, wo geschärft wird. Dann werde ich Profilkorrekturen noch aktivieren, die chromatischen Aberrationen entfernen. Das ist ja Standard. Und so eine kleine Vignette kann man ja auch noch mit reingeben. Für die Leute, die jetzt Lightroom CC benutzen, gibt es hier unten diesen Dunst-Infernregler. Ich nutze den immer oder ich probiere ihn immer ganz gerne mal aus, was für einen Effekt er mir bietet, wenn ich den so ein bisschen nach oben ziehe. Und ich denke mal, so plus 5, plus 6 kann man hier schon machen, einfach um noch ein bisschen mehr Kontrast aufzubauen. Finde ich irgendwie ganz cool, den Effekt. So, das waren jetzt erstmal die Einstellungen, also die globalen Grundeinstellungen. Das, was überall auf dem Bild angewandt wird. Jetzt möchte ich noch ein bisschen hier ins Detail gehen. Und dazu nehme ich mal hier den Radialfilter. Und das erste, was ich machen möchte, ist hier noch so eine kleine Vignette um unser Model herumbauen. Ich habe jetzt hier schon die Belichtung, weil ich das Ganze vorher natürlich mal ausprobiert habe, schon eingestellt auf minus 0,7. Mal gucken, wie das Ganze aussieht. Und das Ganze wird jetzt hier innerhalb des Kreises angewendet. Das möchte ich nicht. Ich möchte das Ganze außerhalb des Kreises anwenden. Deswegen werde ich jetzt hier die Maske nicht umkehren, sondern das Ganze andersherum machen. Also so, wie der Filter eigentlich mal ursprünglich von Adobe gedacht war, nämlich Vignetten zu erstellen. Das werde ich jetzt hier auch mal genauso machen. Also um das Model herum, um die Steffi herum, wird jetzt alles etwas dunkler gemacht. Und wenn ich jetzt hier mal eine Vorher-Nachher-Ansicht mache, dann siehst du auch den Effekt. Ja, das ist schon eine ganze Menge, was wir hier dunkler machen. Vielleicht ist es sogar schon fast ein bisschen zu viel. Deswegen werde ich jetzt hier den Effekt nochmal so ein bisschen rausnehmen. Ich denke mal, minus 0,5 sollte hier schon ausreichen. Dann möchte ich den Effekt aber noch ein bisschen verstärken, indem ich jetzt das Model, also die Steffi, selber noch ein bisschen aufhelle. Und dafür drücke ich hier einfach mal auf Neu. Damit erstelle ich jetzt einen neuen Radialfilter und ziehe den hier wieder auf. Diesmal ein bisschen kleiner. Ich möchte wirklich jetzt mal nicht nur auf das Gesicht fokussieren. In dem Fall soll die Maske wieder umgekehrt sein. Und jetzt werde ich das Ganze aber mal aufhellen. Auch nicht zu teuer. Ich denke mal, so plus 0,4 ist völlig ausreichend. Aber einfach, um das Gesicht noch ein bisschen mehr zu betonen, werde ich das Ganze hier ein bisschen aufhellen. Ja, gefällt mir richtig gut. Jetzt nochmal der Vorher-Nachher-Effekt mit allem drum und dran. So sah das Bild vor den Radialfiltern aus und so danach. Jetzt ist der Fokus halt wesentlich mehr auf das Model gelegt. Und das ist ein cooler Effekt, ein einfacher Trick, wie man so ein bisschen das Licht noch lenken kann, um die Aufmerksamkeit dahin zu lenken, wo man möchte. Das ist jetzt das Bild nach wenigen Minuten Bearbeitungszeit. Ich zeige dir jetzt nochmal ganz kurz, wo wir hergekommen sind. So sieht die RAW-Datei aus, wenn sie direkt aus der Kamera kommt. Und nach nur ein paar Minuten sind wir dann schon mit Lightroom hier angekommen. Ich denke mal, schon ein großer Schritt nach vorne. Und natürlich kann man jetzt hier noch eine ganze Menge mehr machen. Man könnte jetzt noch die Augen mehr betonen. Man könnte Dodge & Burn hier anfangen. Aber ich wollte jetzt einfach hier mal meine Grundlagen zeigen, wie ich in der Portraitbearbeitung hier vorgehe. Und ja, alles Weitere kann man dann natürlich auch nochmal zeigen, wenn ihr Lust auf mehr habt. Das könnt ihr mir auch gerne nochmal in die Kommentare schreiben. Ich freue mich immer sehr, wenn Kommentare geschrieben werden, denn das gibt mir so das beste Feedback. Und ja, wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, schreibt es gerne mal unten in die Kommentare. Genauso, wenn ihr Fragen oder Vorschläge habt für weitere Videos, dann auch bitte alles in die Kommentare. Ansonsten, wenn das Video gefallen hat, natürlich einen Daumen nach oben geben. Und wenn ihr es noch nicht getan habt, auch den Kanal abonnieren. Dann verpasst ihr keine weiteren Videos mehr. Ich würde mich natürlich auch freuen, wenn ihr das Video teilt mit euren Freunden und Bekannten. Denn erstens können die ja auch ein bisschen was lernen. Und zweitens wird mein Kanal dadurch auch größer. Ich habe mehr Motivation. Und ja, ich freue mich natürlich, wenn das Ganze bei euch gut ankommt. Also, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, viel Spaß beim Bearbeiten und Fotografieren. Nur das Beste für dich. Ciao.